Die Karten werden dir sagen, was die kommenden Schritte deines Gegenübers, deines Herzensmenschen sein werden und ich lege heute die Elki-Orakelkarten und das Fantastical Creatures Tarot. Sei dir gewiss, dass diese Legung dadurch, dass sie dich erreicht hat, beziehungsweise dass du dich von dieser Legung angesprochen gefühlt hast, Botschaften, Nachrichten hier für dich bereithält, obwohl es sich um eine allgemeine Legung handeln. Es kann also sein, dass zum Beispiel nicht alles, nicht zu 100% mit dir, mit deiner Situation übereinstimmen wird. Ja, aber vielleicht sind hier einige Informationen, nicht vielleicht, sondern höchstwahrscheinlich sind hier für dich Informationen drin enthalten, da du ja hier bist und ich habe hier als allererstes die Karte der Befreiung für dich. Also dein Gegenüber befreit sich, dein Gegenüber, der kommende Schritt von deinem Gegenüber wird sein, sich zu befreien, frei zu werden für dich. Es kann sein, dass dein Gegenüber also Single ist, ja, dass bei deinem Gegenüber niemand ist, der ihn zum Beispiel daran hindern könnte, mit dir zusammen zu sein. Trotzdem gibt es da etwas im Inneren, vielleicht nicht in der Außenwelt, aber im Inneren von deinem Gegenüber, vielleicht eine Überzeugung, ja, oder irgendeine Einstellung, die losgelassen werden muss und auch wird, damit dein Gegenüber für dich komplett frei wird und sich auch auf das mit dir vollkommen und ganz einlassen kann. Es kann aber auch natürlich auf der anderen Seite, kann es da einen Umstand, eine Sache, eine Person in der Außenwelt geben, die sich natürlich hinderlich auf eure Verbindung auswirkt und der kommende Schritt deines Gegenübers wird sein, sich von dieser Person oder von diesem Umstand, dieser Angelegenheit zu befreien, das hinter sich zu lassen und ja, auch Frieden schließen, habe ich hier in dieser Karte, ja, dass dein Gegenüber hier Frieden schließen wird mit etwas und zwar entweder in seinem Inneren, es können zum Beispiel auch sein, ja, Erfahrungen aus früheren Beziehungen, ja, von denen sich dein Gegenüber jetzt verabschieden soll, muss, wird und frei werden dadurch wird für dich, durch diesen Abschied, durch dieses Loslassen, ja. Hier sieht man das ganz gut, dass diese schöne Gestalt, ähm, hier Ketten, ja, Ketten loslässt und zwar lässt diese schöne Gestalt, diese Ketten, diese, ja, Handfesseln, in den Ozean einfach fallen und sie sind für immer verschwunden, ja, denn danach suchen nach diesen Fesseln, dass es macht natürlich keinen Sinn und sich wieder dem Ganzen auszusetzen und deswegen hier in den Ozean, in diesen aufgebrachten, stürmischen Ozean, also kann sein, dass das nicht so einfach ist für dein Gegenüber, diese Sache, diese Person oder halt diese Überzeugung in sich, also in deinem Gegenüber drin, ja, zum Beispiel, ähm, ein Glaube, also so und so muss es sein oder ich darf das und das nicht machen, ja, kann auch sowas sein, vielleicht sogar die alte Liebe, die, weiß ich nicht, vor zehn Jahren war, aber irgendwie schwirrt die da noch bei deinem Gegenüber im Gedanken, in den Gedanken oder im Herzen rum und das wird jetzt losgelassen, davon wird Abschied genommen, endgültig habe ich das hier, weil aus dem Ozean das wieder hervorholen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit und dadurch bekommt dein Gegenüber Spielraum, Freiheit, sich zu entfalten und sich auf dich, wie gesagt, vollkommen einzulassen, das sagt mir hier diese Orakelkarte, also ich finde das ein schöner Beginn, ja, für diese Belegung, das ist sehr erfreulich und ja, der Turm, der Turm ist rausgesprungen, also dieser Turm, diese Karte wollte dich erreichen, wollte unbedingt dir das mitteilen, dass dein Gegenüber, er oder sie, wird hier durchbrechen, Durchbruch schaffen zur Freiheit, vielleicht muss dadurch etwas zerstört werden, im Leben losgelassen werden, also diese, diese Karten ergänzen sich hier wunderbar, denn der Turm, das ist natürlich auch hier etwas Explosives oder etwas Plötzliches oder etwas geht zu Bruch, das ist hier nicht so ganz einfach und vielleicht müssen auch Opfer gebracht werden, hier sagen die Karten, aber den Gegenüber, er oder sie wird es machen für dich, für diese Verbindung, dafür, dass diese Verbindung vielleicht auch überhaupt erstmal entstehen kann, ja, kann natürlich hier auch so sein, also da werden Opfer gebracht, beziehungsweise etwas geht in den Verlust, aber bewusst, ja, das ist eine Information für einige von euch, dass das in den, etwas bei deinem Gegenüber in den Verlust gehen wird, weil anders geht es nicht, ja, und das wird aber bewusst geschehen, bei einigen, wirklich bei einem ganz, ganz kleinen Teil wird es auch irgendwo unbewusst geschehen, also das geht irgendwie von außen, das kommt von außen und wird die ganze Situation, das, was da ist bei deinem Gegenüber beeinflussen, Einfluss nehmen und dadurch kommt dieser, ja, Ausbruch, Durchbruch, Zusammenbruch, ja, und natürlich ist das nicht einfach, weil das ist schon eine, eine enorme Kraft, die dahinter steckt, ja, und das könnte so ein bisschen die Welt von deinem Gegenüber aufrütteln und deswegen verabschiedet sich dein Gegenüber danach oder währenddessen von etwas, von jemandem und erreicht die Freiheit, das ist hier Durchbruch zur Freiheit und hier steht Freiheit und das ist hier auch, die Karte sagt klipp und klar, ja, dass dadurch, dass dieser Turm aufhört zu existieren in der Form, in der er jetzt existiert, ja, weil es ist einsam an der Spitze, vielleicht ist dein Gegenüber hat sich da irgendwie so eingeschlossen, kann auch sein und dadurch erlangt er diese Freiheit und kann sich auf dich, auf die Art und Weise einlassen, kann das Ganze so zulassen, ja, dass auch weitere Schritte möglich sein werden, dass vielleicht überhaupt Schritte möglich sein werden, das ist die erste Hürde, beziehungsweise hier das allererste, weil es überhaupt, was ich so sehe hier in den Karten, nötig ist, damit das Ganze auch noch weiterlaufen kann oder überhaupt entstehen kann, ja, okay, aber ich schaue mal weiter, der Mond, es kann sein, also manchmal ist es so, dass ich hier Zeiten sehe und dieser Durchbruch hier, diese Befreiung, ja, im Inneren oder im Äußeren oder beides, das passiert hier, ich habe hier jetzt eine Zeitangabe, hier, das passiert zur Vollmondzeit, ja, ich habe hier den Vollmond, also das ist für mich jetzt hier in dieser Region so eine Zeitangabe, also wenn der Vollmond beginnt, ja, so plus drei Tage vorher, drei Tage danach, nach dem Vollmond, ja, ich habe das hier so, diesen Zeitrahmen und, wow, der Page der Kelche, also dein Gegenüber sieht hier die Chance für diese Verbindung nach dieser Veränderung, nach dieser Befreiung, nach diesem Loslassen, ja, sieht dein Gegenüber hier die Chance auf diese, dieses auf dich zukommen können, jetzt endlich mit, mit Ehrlichkeit habe ich hier drin, ja, das ist die Ehrlichkeit, er oder sie lässt sich auch hier von Gefühlen leiten und sieht diese Chance, ergreift diese Chance und kommt auf dich zu, weil das ist nun mal der Page, da wird dir etwas angeboten werden, dir wird eine Chance unterbreitet werden, ja, könnte man hier auch sozusagen auf einem silbernen Tablett präsentiert werden, du musst nichts tun, ich habe das hier, das ist alles so von der Seite von deinem Gegenüber und er oder sie muss hier alles in Ordnung bringen, alles vielleicht so hinstellen, so wie es sein sollte und dann zur Vollmondzeit kommt hier dieses Angebot, kommt hier diese Chance, beziehungsweise das Ganze wird erstmal erkannt und die Gefühle werden eine Rolle spielen, die Gefühle werden zugelassen und durch diese Gefühle entsteht dieses Bewusstsein, diese Idee bei deinem Gegenüber, diese Chance zu nutzen mit dir, dir diese Chance an, ja, zu, vielleicht auch zu geben, ja, bei einigen von euch, dir die Chance zu geben, habe ich hier so in den Karten, ja, ansonsten würde ich das hier nicht so sagen, aber es ist auch ein Liebesgeständnis, was ich hier so habe, für einige von euch habe ich hier ein Liebesgeständnis, Gefühle offenbaren, vielleicht nicht sofort sagen, du hör zu, ich liebe dich, sondern vielleicht eher, ja, ich möchte dich hier wissen lassen, also bei mir sind Gefühle schon vorhanden, ja, vielleicht sowas. Und wie gesagt, das ist eine allgemeine Legung und natürlich könnte dein Gegenüber das auch auf eine andere Art und Weise ausdrücken, ja, aber es sind die Gefühle und es ist auch bei einigen von euch die Liebe, die Liebesgefühle und auch die Chance, diese zu äußern. Es kann auch sein, dass es hier eine Entschuldigung ist, vielleicht durch die Worte etwas wieder gut machen oder durch die Worte das wieder in die richtige Richtung drehen bzw. ausrichten, diese Verbindung, diese Möglichkeiten für die Zukunft, also irgendwo habe ich das auch hier durch die Gefühle und durch die Äußerung der Gefühle das Ganze in die richtigen Bahnen lenken, ja. Auf den richtigen Weg schicken auch. Zu dir. Ich habe hier eine, ja, eine liebevolle Nachricht bzw. eine Offenbarung auch, ja. Offenbarung der Gefühle des inneren seelischen Zustands bei deinem Gegenüber durch diese Befreiung. Ich habe das hier so wie eine Schleuse, die geöffnet wird und dann geht es los. Dann werden diese Gefühle da sein, zugelassen werden und auch verarbeitet vielleicht, ja. Und dieses Angebot wird hier zu dir gelangen, wird zu dir kommen. Dieses Liebesangebot, diese Liebeschance habe ich hier. Ja, das sind die kommenden Schritte deines Gegenübers. Also das ist hier sehr schön und sehr erfreulich. Und dann habe ich die sieben der Münzen. Also danach, danach habe ich das hier so, also nachdem dein Gegenüber diese Chance gesehen hat, wird er sich ein bisschen Zeit lassen. Oder nachdem diese Liebe gestanden worden ist, die Gefühle dir mitgeteilt worden ist, mit dir diese Chance vielleicht besprochen worden ist, ja. Die kommenden Schritte in liebevoller Art und Weise wird hier eine kleine Pause entstehen. Die sieben der Münzen, das ist hier eine, das ist die Wartezeit, aber eine kurze Wartezeit habe ich hier auf die Früchte. Vielleicht ist es so, dass dein Gegenüber dann auf deine Antwort warten wird. Es kann sein, dass du dir Zeit lassen wirst, ja. Mit der Antwort, mit, oder mit damit, wie, wie du das Ganze jetzt auch gestalten willst, machen willst. Ob du dich vielleicht darauf, darauf überhaupt noch einlassen möchtest, ja. Du wirst dir vielleicht hier Zeit lassen und dein Gegenüber wird hier geduldig warten. Er oder sie hat hier keine andere Chance hier oder eine andere Möglichkeit, als hier zu warten. Geduldig zu warten darauf, dass das, was man hier in die Wege gebracht hat, auf den Weg gebracht hat, dass das Ganze sich jetzt entwickelt und Früchte trägt. Und auch, dass da irgendwie so ein Resultat kommt, ja, von dir, also generell davon, was man hier gemacht hat. Und ich habe hier noch die zwei der Münzen, ja. Und die drei der Münzen ganz zum Schluss, wow. Okay, also das ist hier eine schöne Entwicklung, was ich hier so sehe. Also die kommenden Schritte deines Gegenübers, ja, die Wartezeit ist da. Entweder wird sich dein Gegenüber etwas zurückziehen, nachdem die Liebe gestanden worden sind, damit die, nachdem die Gefühle offenbart worden sind, zum Tragen gekommen sind. Vielleicht zeigt dir dein Gegenüber die Gefühle, ja, muss nicht unbedingt Sagen sein, es kann Zeigen sein. Jemand lässt sich danach etwas Zeit, beziehungsweise wartet ein bisschen ab, ja. Und lässt sich hier durch die Hohepriesterin leiten. Die innere Stimme, die Intuition, die Gefühle, die Gedanken, alles zusammen, diese Mischung, ja, wird einfach sich vor, ja, da wird sich reingefühlt, da wird sich überlegt, ja. Und etwas Zeit natürlich braucht man dafür, aber dann kommen die kommenden Schritte, die sind danach überlegt, wohl überlegt und auch mit Sinn und Verstand und auch, ich habe hier einen kleinen Plan, aber das ist jetzt nichts Hinterhältiges, sondern dein Gegenüber wird sich Gedanken machen, wird in sein Inneres schauen, vielleicht sich auch irgendwo schlau machen, ja, vielleicht sich irgendwie belesen, was man da machen kann, wie man das alles vielleicht besser machen kann, vielleicht auch sich beraten lassen, aber ich habe das hier auch so, dass die innere Stimme, beziehungsweise auch diese spirituelle Ader kommt zum Tragen und wird hier auch in Bezug auf dich irgendwie angewandt werden, ja. Vielleicht holt sich dein Gegenüber auch irgendwie so einen geistigen Rat, spirituellen Rat oder liest da irgendwo irgendetwas, ja, damit das, was dann kommt, die nächsten Schritte danach, damit es nicht im Chaos irgendwie endet, sondern damit das Ganze auch irgendwie Hand und Fuß hat, was ich hier so sehe, weil ich habe hier zweimal die Karte, wo die Münzen zu sehen sind, das ist hier die gewollte und auch im Endeffekt erreichte Stabilität und auch das Ernstmeinen und das, was man gesagt hat, auch machen und durchziehen und sich danach richten, deswegen hier die hohe Priesterin und wahrscheinlich die etwas, etwas Wartezeit, um sich neu auszurichten, um das, das Innere vielleicht sogar zu beruhigen, ja, und vielleicht klar denken zu können und, ja, die zwei der Münzen und hier in diesem Tarot deck, die zwei der Münzen, das ist hier, ja, das gemeinsame Spiel, würde ich sagen, ja, also der kommende Schritt ist, dein Gegenüber kommt erneut auf dich zu, locker, leicht und lässig, ohne Druck, ohne Zwang, ja, und du kannst dann deinem Gegenüber auch begegnen. Ich habe hier, dass ich das Ganze anschauen, vielleicht ausprobieren, es könnte auch ein Treffen sein, sich besprechen, hier alles irgendwie so ein bisschen gemeinsam ausloten, vorsichtig sich einander nähern, ja, vielleicht ersten Berührungen, das könnte hier auch sowas sein, wie man das hier schön auf dieser Karte sieht, ja, alles so locker, leicht und lässig durchziehen, würde ich mal sagen, von deinem Gegenüber, aber dir entgegenkommen, ganz zögerlich, ja, ganz vorsichtig, sich immer umschauen, bin ich auf dem richtigen Weg, mache ich das Richtige hier, ja, wie reagierst du, das ist hier so immer, vielleicht bei einigen von euch könnte bei dir das so rüberkommen, wie Eiertanz, ja, könnte sein, das ist aber nur dein Eindruck, dein Gegenüber ist einfach nur vorsichtig und möchte diese Lockerheit nicht verlieren, möchte sich aber auch selbst nicht unter Druck setzen, dich nicht unter Druck setzen und einfach so mit dem Strom schwimmen, mit dem Strom fließen, so gucken, was von dir kommt, sich darauf dein Einlassen, ja, also gemeinsam so tänzeln, so tänzeln, ja, so leichten Fußes aufeinander und dann miteinander so ein bisschen sich ausprobieren, habe ich hier Gespräche, sogar ein Treffen, ja, einfach mal gucken, was geht, könnte man hier auch so sagen mit dieser Karte und dann, und dann habe ich hier die 3 der Münzen, das ist natürlich hier eine sehr gute, sehr schöne Karte für Beziehungen, für Verbindungen, weil das ist hier der Aufbau, beziehungsweise Wiederaufbau einer Verbindung, an einer Sache ganz gezielt arbeiten, vielleicht sogar gemeinsam durch die 2 der Münzen hier, ja, das ist hier die gemeinsame Arbeit an etwas, natürlich ist hier dein Gegenüber derjenige oder diejenige, die mehr macht, ja, weil das kommt ja, diese Energie, diese Absichten und dann das Ganze in die Tat umsetzen, als kommende Schritte ist es hier von deinem Gegenüber ausgegangen und deswegen ist er oder sie am Zug, ja, dein Gegenüber ist hier, er ist am Zug und, ja, hier sieht man sehr schön auf dieser Karte, dass man hier Sternchen malt, ja, das sind auch die Münzen, aber sind auch die Sterne und das ist hier auch die Zukunft gestalten, an der Zukunft anfangen zu arbeiten, ja, und zwar mit sehr viel Interesse, natürlich auch am Ball bleiben, den Fokus darauf legen, aber auch habe ich hier sehr viel Kreativität, es kann sein, dass dem Gegenüber jemand ist, der kreativ ist, vielleicht weißt du das nicht, aber diese Kreativität wirst du dann bei deinem Gegenüber merken, wenn es soweit ist, ja, wenn es an die Pläne geht, Pläne schmieden und sie dann auch verwirklichen, also an diese Verbindung irgendwie, arbeiten weiter das Ganze, ähm, ausarbeiten könnte man hier so nennen, ja, dass an diese Verbindung ausarbeitet wird und hauptsächlich von deinem Gegenüber, ja, weil das sind ja seine kommenden Schritte, aber du spielst auch natürlich da eine Rolle, entweder sagst du ja oder du sagst nein oder du machst zum Beispiel auch einen Vorschlag und sagst, hey, ich will das so und so haben, ja, also sowas in der Art habe ich hier für dich drin, also die kommenden Schritte, also ich habe die hier sehr gut im Kartenbild drin, das ist hier erstmal diese Befreiung, dieses Loslassen und diese Fesseln werden einfach gesprengt und verschwinden im Ozean, in den Wellen und dann kommt dieses Angebot zur Vollmondzeit, vielleicht jetzt zur Vollmond oder vielleicht ist die nächste Vollmondzeit gemeint, aber das soll schon zu der Vollmondzeit sein und das kann auch hier nicht so weit in die Zukunft gehen, also entweder jetzt oder die nächste Vollmondzeit, ja, plus minus drei Tage und ja, du musst damit rechnen, dann nachdem dein Gegenüber jetzt sich hier bei dir gemeldet hat, die Gefühle offenbart hat, ja, oder irgendetwas Nettes zu dir gesagt hat, vielleicht auch sich entschuldigt hat, da kommt ein bisschen so, das Ganze kommt wieder so ein bisschen ins Stocken oder einfach wird verlangsamt oder du hörst vielleicht zwei, drei Tage nichts von deinem Gegenüber, mach dir darüber keine Sorgen, ja, es kann auch sein, dass du natürlich dir Zeit lässt, er oder sie braucht es, du brauchst es aber auch und dann geht es weiter, ja, also mach dir da keine Sorgen, dass da irgendwie vielleicht so eine Pause ist dazwischen, ja, keine Sorge, das ist vielleicht Neujustierung, Ausrichtung, vielleicht noch alles sacken lassen und dann geht es weiter, ja, mit euch beiden, diese gemeinsame Arbeit oder diese Arbeit von deinem Gegenüber an eurer Zukunft, ja, so habe ich das hier in den Karten. Ja, das war diese Legung, sie war sehr interessant und sehr intensiv. Möchte mich bei dir bedanken, dass du bei mir vorbeigeschaut hast, dass du da warst. Wenn du magst, kannst du natürlich meinen Kanal abonnieren, vielleicht einen Kommentar schreiben, ich würde mich sehr freuen, vielleicht ein Like geben, dafür bedanke ich mich auch schon bei dir im Voraus, wenn du magst, gerne, vielleicht möchtest du meinen Kanal unterstützen, vielleicht bist du an einem energetischen Austausch interessiert, da gibt es die Form der Spende, da gibt es natürlich die Möglichkeit, Kanalmitglied zu werden. Alles zu diesen Themen unten in der Beschreibung und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.